Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vorab hofft natürlich, es geht dir gut. Da die Resonanz auf mein letztes Video sehr groß war, also viel mehr auf den Lippenstift, den ich auf den Lippen getragen habe, dachte ich mir, ich zeige dir mal, wo ich den gekauft habe. Und vorab, er ist von DM und da ich letztens bei DM noch so ein paar andere Sachen gekauft habe, zeige ich dir einfach mal, was ich dort Schönes in meinen Warenkorb gepackt habe. Es ist nicht viel, also es wird wirklich nur ein ganz, ganz Mini-DM-Haul. Aber ich dachte mir, ich zeige dir die Lippenstifte einfach mal geswatcht. Ich nehme es jetzt schon vorab weg, ich habe wirklich nur Lippenstifte bei DM gekauft. Aber ich zeige sie dir einfach auf den Lippen mal geswatcht. Dann habe ich noch ein bisschen was bei MAC gekauft, das ist auch nicht so wirklich viel, aber auch Lippenlastig. Dann war ich noch bei Deichmann und dann noch bei H&M und ich zeige dir einfach alles in einem Video, weil ich dachte, es bietet sich an. Ja. Und heute trage ich MAC Ruby Woo. Den habe ich mir nicht gekauft, also nicht vor einiger Zeit. Der ist schon ein bisschen älter in meinem Repertoire. Aber bevor die Frage einfach wieder aufkommt, also das ist MAC Ruby Woo. Der ist Retro-Matt. Das muss man natürlich mögen. Der ist sehr, sehr langenhaltend. Der trocknet so ein bisschen die Lippen aus. Ja, also sollte man darunter einfach eine Pflege tragen. Aber ansonsten liebe ich die Retro-Matten-Lippenstifte. Die sind bombenfest. Man kann damit küssen, man kann essen, man kann trinken. Er hält wirklich den ganzen Tag. I like it. Okay, dann würde ich sagen, starten wir ein Video. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, bis gleich. So, dann lüften wir mal das Geheimnis um den Lippenstift, den ich im letzten Video getragen habe. Und zwar ist das der P2 Full Color Lipstick. Und ich weiß gar nicht, ob die das Sortiment umgestellt haben, aber ich habe so diese Verpackungen von P2 noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt viele Lippenstifte von P2. Ich glaube, das ist jetzt mein zweiter oder dritter, also überschaubare Menge. Ich bin aber in den DM gegangen, einfach um ein paar herbstliche Farben zu haben. Muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, ob mir das steht mit meinen Haaren. Ich kann jetzt nicht unbedingt im Frühling oder im Sommer ein knalliges Orange tragen oder so. Ein Pink ist auch immer schwierig. Bei den berigen Tönen wird es ein bisschen einfacher. Und deswegen habe ich mich auch für diese Farbe entschieden. Und das ist die 060 Whisper Me Wishes. Ich muss sagen, die P2 Lippenstifte lassen sich super auftragen. Sie haben ein tolles Finish. Die sind jetzt so ein bisschen glossy, also nicht unbedingt matt. Was man natürlich mögen muss. Ich meine eigentlich eher die matten Lippenstifte, was man heute auch sieht. MAC hat tolle Lippenstifte, die sind natürlich um einiges teurer. Aber ich finde, für diesen Preis, für 1 Euro und noch was, kann man da nichts falsch machen. Also 060 Whisper Me Wishes war der Lippenstift, den ich im letzten Video getragen habe. Dann habe ich mir noch einen anderen Lippenstift aus der P2-Reihe gekauft. Und das ist die 100 Country Greatness. Und das ist eher ein nudefarbener Lippenstift. Nicht unbedingt totnude, was ich jetzt nicht ganz so mag, muss ich sagen. Also ich mag auch nicht diese Make-Up-Lippe, wo man wirklich gar keine Lippenfarbe mehr durchschimmern sieht. Ich mag es dann doch eher ein bisschen bräunlicher, so wie dieser Ton. Was natürlich jetzt schon arg dunkel ist als Nude-Lippenstift. Aber ja, für den Herbst finde ich es sehr, sehr angemessen und passend. Da kann man damit nichts falsch machen. Ist jetzt auch nicht unbedingt matt, hat ein tolles Finish. Ob er jetzt lange hält, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht so wirklich oft getragen. Ich probiere ihn aus, finde ihn aber sehr schön. Ich finde das Spektrum der P2-Lippenstifte ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, da findet wirklich jeder was. Dann musste natürlich auch ich einmal in die Trended-Apteke schauen, die ja quasi neu ist bei dm. Und überall auf YouTube und auf Instagram gehypt wird. Und da habe ich mich für einen Lip Liner entschieden. Das ist die 030. Der ist ein bisschen rosastichig, ähnelt so ein wenig einem Rose Gold. Finde ich sehr schön. Habe ich mir eigentlich nur gekauft, weil ich einen passenden Lippenstift dazu gekauft habe. Von MAC wollte ich jetzt nur nicht unbedingt in einen teuren Lip Liner investieren. Deswegen habe ich mich bei dm ein wenig umgeschaut und habe mich für diesen entschieden. 030. Finde ich sehr schön, dass da hinten auch so ein bisschen den Einspitzer dran ist. Dann haben mich noch zwei matte Lippenstifte angelacht. Und zwar einmal habe ich mir gekauft die 090. Die haben keine Namen, nur Zahlen. Und das ist ebenfalls ein sehr bäriger Ton, sehr herbstlastig, bisschen dunkler, als man es vielleicht von mir vermuten mag. Aber wie gesagt, ich bin halt unter den Aspekt zur dm reingegangen, dass ich wirklich bloß Lippenstifte haben wollte. Einfach für den Herbst. Ich finde das schön. Es kleidet eigentlich so gut wie jeder Frau. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen umgeschaut. Man muss jetzt nicht unbedingt immer MAC Lippenstifte nehmen. Die sind teuer. Die sind natürlich auch toll. Aber es gibt auch preiswerte Alternativen im Drogeriemarkt. Und deswegen habe ich mich einmal für dieses Schmuckstück entschieden. Das ist halt wie gesagt die 090. Sie ist noch unbenutzt und ich bin ganz gespannt. Dann habe ich mir noch einen zweiten Matten Lippenstift gekauft. Das ist die 020. Der ist nicht ganz so knallig wie der Ton gerade eben. Aber auch nicht ganz so nudig wie der Lippenstift von vorhin. Aber es ist so ein Zwischending. Ich glaube doch, dass er alltagstauglich ist. Wir werden sehen. Dann fangen wir mal zu dem MAC Haul. Da habe ich auch nicht wirklich viel gekauft. Einmal eine Foundation. Das ist die Studio Fix Fluid Foundation. Weil ich mir einfach dachte, für den Herbst war es nicht ganz so stark deckendes, aber schon ein bisschen ein mattierendes Make-up. Mit der Studio Fix Fluid komme ich immer super klar. Ich mochte die sehr gern. Habe die jetzt lange nicht benutzt. Gerade so für den Sommer fand ich es überflüssig. Aber für den Herbst, für den Winter finde ich es ganz praktisch. Diesen Pumpapplikator habe ich noch. Den muss ich einfach nur ein bisschen auswaschen. Weil da jetzt eine andere Nuance drin klebt quasi. Und ja. Ich habe die Farbe MC37. Falls ihn einer oder anderen interessiert. Dann habe ich mir noch einen Concealer gekauft. Das ist der Prolonga Concealer. Von dem schwärme ich wirklich schon seit Jahren. Den mag ich sehr gerne. Der ist wirklich super langanhaltend. Er deckt toll ab. Er kriegt bei mir nicht in die Fälchen. Und ich liebe diesen Concealer wirklich überall. Er ist sehr teuer. Deswegen benutze ich ihn eigentlich wirklich nur für besondere Anlässe. Also wenn ich wirklich ein perfektes Hautbild haben möchte, dann benutze ich ihn ansonsten im Alltag nicht. Ich habe die Farbe NW25. Dann habe ich mir zwei MAC Lippenstifte gekauft. Und deswegen bin ich eigentlich nur in den MAC Store gegangen. Eigentlich wollte ich eher einen herbstlichen Ton haben. Habe ich jetzt nicht genommen. Zeige euch gleich, welche zwei ich genommen habe. Ich muss sagen, die Auswahl beim MAC ist einfach immer viel zu groß. Und man wird da eigentlich immer Fälcher schlagen von den Lippenstiften. Ich muss sagen, ich bin nicht immer ganz so begeistert von der Beratung. Gerade so bei uns in Potsdam. Da sind die nicht sehr freundlich. Aber vielleicht sind sie es einfach nur nicht bei mir. Ist egal. Ich habe mir zwei Lippenstifte ausgesucht. Und da habe ich mich einmal für MAC Twig entschieden. Das hat einen Satin Finish. Also wie der Name schon sagt, er ist nicht matt. Er ist ein bisschen schimmert. Was ich schön finde, ich habe davon schon mehrere Lippenstifte zu Hause. Ich finde, das ist ein sehr schönes Finish und auch sehr alltagstauglich. Also da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass man so ein bisschen overdressed ist. Dann habe ich mir noch MAC Brave gekauft. Und ich glaube, diesen Lippenstift, den vergötter ich schon sehr lange. Den wollte ich wirklich lange haben. Und deswegen habe ich mir diesen Lip Liner auch gekauft. Weil ich dachte, es könnte miteinander sehr gut harmonieren. Und MAC Brave ist auch ein Satin Finish. Und diesen Lippenstift habe ich ganz oft bei Instagram und auch bei Facebook gesehen. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Ich habe noch so ein paar andere Lippenstifte auf meiner Liste, die ich gerne haben möchte. Ich finde Twig schön. Ich finde Meer schön. Stone ist ein schöner Lippenstift, gerade so für den Herbst. Also ja, wenn man einmal MAC süchtig ist, dann wird man das immer sein. Es hat sehr, sehr schöne Farben. Und die Bandbreite ist einfach so riesig. Da findet ebenfalls jede Frau was. Aber wie gesagt, wenn euch die MAC Lippenstifte einfach viel zu teuer sind. Es gibt in der Drogerie sehr schöne Produkte. Also wirklich. Es muss nicht jeder so verrückt sein und 19 oder 20 Euro für MAC Lippenstifte aufgeben. Dann zeige ich euch noch schnell, was ich bei H&M gekauft habe. Und eigentlich wollte ich bei H&M Rollkragenpullis haben. Wenn ihr wisst, wo es Rollkragenpullover derzeit gibt. Also ich möchte nicht diese dicken Dinger, sondern so einen dünner Stock. So wie dieses Oberteil, was ich jetzt trage. Aber als Rollkragenpulli und auch nicht Crop Top. Also dass quasi den halben Bauch ausguckt. Das ist für mich auch kein Rollkragenpulli. Müsst ihr mir unbedingt reinschreiben, wo es sowas gibt. Also dünn Rollkragenpulli. Aber trotzdem den Bauch bedeckt. Jedenfalls habe ich das nicht gekriegt. Da war ich ein bisschen traurig. Habe ich mir andere Sachen gekauft. Ich habe mir einmal ein Beanie gekauft. In schwarz. Stink normal. Wenn man auch eine Haare hat. Eine Jeansjacke oder eine Lederjacke an. Draufgesetzt. Und dann finde ich das cool. Ich hatte irgendwo mal einen Beanie. Finds aber nicht mehr. Der hat 9,99 Euro gekostet. Und dann habe ich mir stattdessen zwei Basic Rocks gekauft. Einmal in schwarz-weiß gestreift. Und einmal in so einem grauen Ton. Einfach mit einer stinknormalen Strumpfhose, Boots und Lederjacke oder so. Kommt das ganz cool. Mag ich ganz gern. Wenn es noch nicht so kalt ist. Wenn es so 19 Grad sind. Aber Sonne scheint. Finde ich es mega cool. Und deswegen habe ich mir zwei Röcke gekauft. Die sind Größe S. Fallen ein bisschen größer aus. Ja. Mal schauen. Aber dann zeige ich euch noch, was ich bei Deichmann gekauft habe. Und da habe ich mir nämlich ein paar Boots gekauft. Und zwar... Die habe ich mir gekauft. Die sind in schwarz. Haben den relativ hohen Absatz. Der läuft sich aber wirklich bombastisch. Weil er einfach plateau ist. Er ist größer, er ist dicker, man läuft damit wie auf Federn. Klingt ein bisschen doof. Ist aber wirklich so. Ich habe den in Schuhgröße 39 genommen. Der Absatz ist natürlich jetzt ein bisschen höher, da ich aber einen relativ großen Freund habe. Geht das ganz gut. Die Schuhe haben gekostet 34,90 Euro. Gibt es auch noch in einem Beige-Ton. Fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Da ich aber schon einen Beige-Ton habe. Fand ich schwachsinnig nochmal einen zu kaufen. In schwarz habe ich noch keine. Deswegen habe ich mich für die entschieden. Also alles perfekt für den Herzen. Ich bin ein Beige-Ton. Ich bin ein Beige-Ton. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Online-Store habe ich glaube ich auch bloß kurze Rollkrampullis gesehen, jetzt ist die Frage, was kurz ist, aber gut, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und ansonsten, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun, ich würde mich ungemein freuen darüber und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du das Video siehst, dann bis zum nächsten Mal, Tschüss! Vielen Dank.